Grylic ist der Mann, der mit dem Ball eine gute Idee hat und wichtig ist, dass das Spiel vor ihm steht. Wir haben nicht gehört, dass er Sechser ist. Er ist defensiv Mittelfeldspieler mit Umschalten nach vorne. Der macht das perfekt. Wir wollen nicht, dass diese Position Sech verlassen ist. Diese Lücke ist immer besetzt. Diese Lücke muss der Mann haben. Wir haben gute Technik, wir haben einen Überblick mit dem Fußball verständlich und so weiter. Leider haben wir langfristig Philipp Backfrede verloren und da hat Klemens Fritz teilweise sehr gut gespielt. Klemens Fritz war verletzt, da hat Florian Krillic gespielt und wir haben mit ihm zufrieden geblieben. Und alles offen, wie wir das spielen morgen. Aber nochmal, wir haben sehr gute Kader und jeder kann da spielen. Und genauso, das ist sehr viel Alternative da. Aber das ist kein, wo wir sagen, er kann das nicht spielen. Er kann da auch sechs spielen. Ich meine Yatabare. Und das ist ein, wo wir sagen, er kann das nicht spielen.